Bitcoin bricht um 15% ein und legt eine legendäre V-Share Recovery hin. Jetzt ist die Frage aller Fragen. War das der lang erwartete Tipp? Können wir uns jetzt auf höhere Preise freuen oder war das erst der Anfang? Das und noch Videos mehr besprechen wir im heutigen Video. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Crypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Was ein verrückter Abend gestern. Nachdem Bitcoin das Allzeithoch getatscht hat, wurden wir richtig hart rejected. Und zwischenzeitlich war Bitcoin um 15% gefallen und hat zu diesem Zeitpunkt auch die Altcoins richtig bluten lassen. Denn wenn wir uns jetzt auch mal die Liquidation-Heatmap anschauen, dann sehen wir, dass gestern mal wieder Longs in Höhe von einer Milliarde Dollar liquidiert wurden. Hatte euch ja die letzten Tage immer wieder davor gewarnt, dass so etwas passieren könnte. Was man auch noch dazu sagen muss, es war einer der größten Liquidierungskaskaren, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Ich meine, schaut euch mal diese Kerze im Vergleich zu den anderen an. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr euch von so einem Drop nicht aus dem Konzept bringen lassen dürft und eure Strategie weiterfahren solltet. So viele Leute wollen immer zu günstigeren Preisen einkaufen. Und sobald dann der Drop, wie gesagt, kommt, dann heißt es auf einmal, was wenn Bitcoin doch noch runter geht, was wenn die Preise doch noch weicher sinken und am Ende kaufen sie nichts und die Preise steigen wieder. Habt ihr die Chance genutzt, um zu kaufen? Ich persönlich hatte ein paar Kaufaufträge, die perfekt ausgefüllt wurden. Hatte euch ja schon öfter gesagt, dass es Sinn macht, sich schon vorher für einen möglichen Rücksetzer bereit zu machen, weil einfach keiner so schnell reagieren kann, wie die Coins bouncen können. Jetzt ist natürlich die große Frage, war es das jetzt? Werden wir jetzt steigen oder war das vielleicht erst der Anfang und Bitcoin bildet hier einen Doppeltop? Tatsächlich behalte ich persönlich die 66.400 Dollar ganz genau im Auge. Denn wenn wir darüber schließen sollten, dann stehen die Chancen ganz gut, dass wir weiter nach oben trenden. Jetzt im Moment sind wir ja tatsächlich über den 66.400 Dollar. Wenn wir allerdings doch wieder nach unten gehen und es nicht schaffen, darüber zu schließen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit sehr, dass wir weitere, tiefere Preise sehen könnten. Wogegen ich persönlich nichts habe. Ich kaufe gerne günstig ein und habe euch ja schon des Öfteren davor gewarnt, dass der Markt super overheated ist und dass es zu so einem Vorfall kommen könnte. Wenn wir uns dann jetzt auch mal den Fear and Greed Index anschauen, dann sehen wir, dass dieser schon stark abgekühlt ist, nachdem wir ja gestern beide 90 waren. Und auch die Fundy Mails, über die wir gesprochen haben und die auch extrem hoch waren und darauf hingedeutet haben, dass es zu einem Washout kommen könnte, haben sich mittlerweile etwas zurückgesetzt und waren zwischenzeitlich in einem grünen Bereich. Allerdings kann man jetzt auch beobachten, dass die langsam aber sicher wieder anfangen, orange zu werden und zu steigen. Ich persönlich würde es tatsächlich jetzt erstmal begünstigen, wenn Bitcoin hier seit für zwischen den 60.000 und 66.000 Dollar laufen würde. Denn wenn wir uns jetzt auch mal die Moving Averages anschauen, und dann sehen wir, dass diese ganz schön weit weg vom Preis sind. Und normalerweise fungiert der Moving Average wie ein Magnet und zieht den Preis zu sich an. Dies kann man tatsächlich hier ganz gut beobachten. Wir gehen hoch, kommen wieder zurück auf den Moving Average. Wir gehen wieder hoch und kommen wieder hier zurück auf den Moving Averages. Und das Lächel kann man hier sehen, dann hier und dann auch hier. Im Moment liegt der MA bei knapp 52.000 Dollar. Das heißt jedoch nicht, dass Bitcoin unbedingt auf die 52.000 Dollar gehen muss. Wenn wir jetzt zwischen den 60.000 und 66.000 Dollar konsolidieren, dann hat der MA auf jeden Fall Zeit, den Preis wieder einzuholen. Denn wie der Name schon andeutet, bewegt der MA sich. Wenn Bitcoin jetzt auf jeden Fall weiter korrigieren sollte, dann hätten wir unseren nächsten wichtigen Support zwischen 57.500 Dollar und 60.000 Dollar. Das war unser altes Range High. Wenn wir uns dazu jetzt auch nochmal den Prime Oscillator anschauen, dann sehen wir, dass wir auch hier ein Verkaufssignal bekommen haben. Und auch der BBWP ist hier in einem extremen Bereich und müsste sich tatsächlich erst einmal wieder abkühlen. Obwohl wir ja gestern einen riesigen Flashout hatten, hatten wir riesige Zuflüsse. BlackRock hat Zuflüsse in Höhe von 788 Millionen Dollar verzeichnet. Die gesamten Nettozuflüsse beliefen sich auf 662,5 Millionen Dollar, während die Abflüsse von GBTC 332 Millionen Dollar betrugen. Somit hatten wir einen neuen Rekordvolumenwert von 10 Milliarden Dollar. Man kann also sehen, dass das institutionelle Interesse an Bitcoin ungebrochen scheint. Und auch Retail kommt langsam in den Markt zurück. Tatsächlich hat es die Coinbase App im App Store geschafft, sich in gerade mal einer Woche von Platz 225 auf Platz 69 der beliebtesten Apps vorzuarbeiten. Das zeigt auf jeden Fall schon mal gesteigertes Interesse, jedoch nicht so hoch, dass man sich Sorgen machen müsste. Sobald wir hier in die Top 10 kommen oder gegebenenfalls wie früher auf Platz 1, das ist dann der Punkt, wo der Kryptomarkt wirklich explodiert und wo man unbedingt anfangen sollte aufzupassen. Eine andere Sache ist, dass wir uns ja gestern noch darüber unterhalten haben, dass ich der Meinung bin, dass es bei diesem Dip eine gute Idee ist, Ethereum und auch Coins aus dem Ethereum-Ökosystem zu akkumulieren. Falls ihr mein gestriges Video nicht gesehen haben solltet, dann schaut es euch gerne nochmal an. Da nenne ich auch nochmal die Gründe dafür. Wenn wir uns auf jeden Fall mal anschauen, wie Ethereum nach dem Job gelaufen ist, dann kann man sehen, dass Ethereum tatsächlich noch einen viel stärkeren Bounce gesehen hat als Bitcoin und sogar sein altes Hoch durchbrochen hat. Und auch Optimism zum Beispiel hat es geschaffen, nach dem Job ein neues Allzeithoch zu machen. Auch im AI-Sektor kann man sehen, dass der Dip extrem krass aufgekauft wurde. Schaut euch zum Beispiel Maranda an oder Fetch. Bei beiden Coins kann man sehen, dass wir wieder einen Allzeithoch gemacht haben. Das AI-Narrative ist im Moment einfach noch extrem stark. Das ist im Übrigen auch einer meiner Tipps. Wenn es zu so einem Bounce kommt, dann schaut euch ganz genau an, welche Coins am stärksten bouncen. Weil das sind mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auch die Coins und Narrative, die in der kommenden Zeit weiter richtig gut laufen werden. Der Kryptomarkt ist nun mal stark halbgetrieben und eine gute Performance nach einem Job ist immer ein guter Indikator. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.